Ich begrüße dich auf meiner Webseite. Mein Name ist Lisa Miller. Ich bin in Russland geboren und habe schon in vier Ländern gelebt. In Russland, Deutschland, England und Schweiz. Und mein Zuhause habe ich hier in Zürich gefunden, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle, wo ich vieles entdeckt habe und wo ich sehr, sehr zufrieden bin. Meine akademische und berufliche Karriere begann in Deutschland, wo ich nach meinem Abitur eine Ausbildung zur Investmentfunk-Aufre absolvierte und durch diese prägende Erfahrung legte ich den Grundstein für mein tiefes Verständnis der Finanzwelt. Jedoch wurde es mir einiges zu wenig, weil ich diese Verbundenheit hatte zur Psychologie, zu den Menschen, zu der Tiefe. Und darauf habe ich einen Test gemacht, welche Position für mich passend sein kann. Und es kam raus, dass ich sehr gut als eine Personalberaterin geeignet wäre. Dann habe ich mich in München beworben für eine Stelle und ich habe mit einer Bewerbung die Position bekommen. Ich war sehr zielstrebig. Ich hatte immer wieder Ziele bekommen und diese Ziele habe ich erreicht. Und im Endeffekt durfte ich dann eine leitende Position übernehmen. Ich hatte ein eigenes Team. Und daraufhin habe ich die Möglichkeit bekommen, nach Zürich zu gehen, um die Abteilung aufzubauen. Und als ich nach Zürich angekommen bin, dachte ich mir, Wow, das ist doch Paradies. Und der Umzug in die Schweiz markierte einen Wendepunkt in meiner beruflichen Laufbahn. Hier vertiefte ich meine Kenntnisse durch eine Weiterbildung zur Hypnose-Therapeutin, was mein Beratungsspektrum, insbesondere im Bereich der mentalen und emotionalen Unterstützung, erweiterte. Nach einem Jahr hatte ich wieder das Gefühl des Mangels, dass mir doch etwas fehlt, dass mir diese Tiefe weiterhin fehlt. Und ich habe mich entschieden, der Welt der Astropsychologie zu widmen und habe angefangen zu studieren. Und dann habe ich in mir entdeckt die Qualitäten, dass durch meine Beratungen auch Anfragen gekommen sind. Ich möchte das auch können. Ich möchte das auch lernen. Und dann habe ich auch sehr wertvolle, interessante Kurse kreiert. Den Kurs Astropsychologie, den Kurs Seelenformel und den Kurs Prognose. Diese Kurse kannst du bei mir erlernen. Und nichtsdestotrotz habe ich mich heute auf Business Astrologie spezialisiert, weil ich aus Konzernen komme, weil ich Verständnis habe von Personalvermittlungsbranchen, Personaleinstellungen, führen von Interviews, von Selektierung der richtigen Bewerber. Und Astropsychologie verleiht mir einen Hinblick zu sehen, wo sind die Stärken, die Schwächen, Potenzial in jedem von uns, wo es einfach nur einige Minuten dauert. Und heute biete ich eine außergewöhnliche und einzigartige Beratungs- und Coaching-Dienstleistung an. Ich kombiniere mein umfangreiches Wissen aus dem Bereich Finanzen, Personalmanagement, Hypnose-Therapie und Astropsychologie. Und mein Service richtet sich an Geschäftsleute und Privatpersonen. Wähle jetzt unten aus Privat oder Business. Ich freue mich auf dich und bis bald, Lisa.